Letztes Mal bei Minecraft Story Mode Wer weiß, wie weit das geht. Können wir nachdenken, bis wir die Bedrocke befinden können. Leute, wir sind wirklich nicht bereit für das. Wir sind nachdenken hier, mit unseren Händen, wenn wir müssen. Wir müssen hier raus! Was? Wir müssen hier raus! Wir haben gerade hier. Ja? Du wirst nicht verstehen. Das ist ein Grinder! Ah, das ist so etwas. Wir müssen da schnell runter. Ich glaube, das Wasser kommt gleich. Nein! Nein! Ich muss es mir wiederholen. Was war das? Das Amulet? Ja. Okay, jetzt wird es creepy. Ah! Diese Kombination, Leute. Ich bin ein Genie. Back to the grind. Au! Hey, Ruben ist bei mir! Yay! Okay, alle Items. Wow, der ist wirklich ein super Erfinder. Also ich glaube, der kann mehr Sachen sammeln als alle anderen. Weil da kriegt man ja auch Eisen irgendwann mal raus. Da haben wir die anderen. Axel! Wo ist er? Hey Leute, wo ist Axel? Und jetzt kommt er. Nein! Da ist er! Haha, wieder auf ihm! Nein! 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 Hiiii! Oh crap! Ich bin sorry. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, er hat sich irgendwas gebrochen. Boah, so viele Karotten! Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ruben hat Angst. Ich lege dich. Und wenn da eine Zeit kommt, wenn ich dich zurückkommst, dann werde ich es zurückkommst. Mit Interesse. Du hast mir nichts verdient. Es gibt etwas anderes über dich, Jessie. Du... Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on! Das ist, wo all die Lüte gesammelt wird, oder? Das ist genau so. Siehst du das? Die Dinge starten sich um. Aua! Der Punch in der Gesicht! Wir sind glücklich, dass wir immer noch den Amulett haben. Nicht vergessen. Die Mission über alles. Wir werden uns nicht mehr verletzen. Der ist total rot da oben. Und wenn wir das Amulett nicht hatten, würden wir verloren. Meine Freunde sind wichtig für mich. Und ich wüsse das nicht. Aber in Situationen wie diese... Das ist sehr gefährlich. Und das Rote! An seinem Hals! Das schaut ja heftig aus! Boah! Schaut euch das an! Ja, aber Freunde müssen zusammenhalten. Kriege ich es wieder? Bitte! Hey, danke für das. Nicht ein Problem. Nicht eine Minute. Jetzt will ich es mir schnappen. Natürlich! Jetzt muss ich auch noch entscheiden, oder? Das wäre nicht so Tefte. Woah! Keep moving! Haha. Oh! Hinter dir ist auch noch ein Ugly. Ohohohohohoho. Die gehen jetzt ab. Ja, das stimmt. Nein! Ja! 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 In deinem Gesicht, Monster! Ich denke, ich versuche, den Händen davon zu bekommen. Hier geht's! Nicht ins End! Wie gesagt, er hat nicht den Schalter umgelegt! Da ist ein Schalter! Aber die haben ja den Drachen damals besiegt, also das heißt, wir sind sicher. Im Ende. Oder? Oder doch nicht. Vielleicht sind wir sicher oder nicht. Was sagt ihr? Schreibt das in die Kommentare. Oh, und da ist wieder das Licht. Sauron hat hier seine Basis wahrscheinlich. Es geht einfach weiter. Wo ist Axel? Er war gerade hinter mir. Ah! Siehst du? Ich sagte dir, ich würde dir zurückholen. Geh weg! Oh, Jesus. Oh, Mann! Ich... Ein Enderman, deswegen. Es ist okay. Ich lasse es alles raus. Was? Nein, ich bin nicht krass. Nur schau! Ja, Enderman. Well... Ja. Was nennen wir das? Eine Herd von Endermen? Eine Flock von Endermen? Ja, ich sage es, was du willst. Als ich sie nicht sehen, dann wird es gut. Ja. Ja. Wir wollen die Grammar-Lessons weitergehen. In welchen Weg gehen wir, Jesse? Der Amulet nicht funktioniert. Ah, toll! Oh, Mann! Wir waren gefeiert, und jetzt sind wir verloren. Also, wir gehen von... äh... eine Death-Machine, die fast uns verbringt, und wir landen hier. In der End. At least, wir leben. Und, well... Ja. Wir müssen nur weiterhelfen, bis wir zu Soren kommen. Wenn du siehst, wir könnten nie diesen Mann finden. Da ist er. Hahaha, da ist er! Hahaha, da ist er! Hahaha! Hahaha! So ein Pessimist und dann plötzlich... Axel! Da ist er doch! Ja! Da, genau da! Wir müssen gehen. Everyone! Behind me! Ich werde die Intamin! Ich werde die Intamin! Just follow my lead, and I'll... I'll protect you! Nein! No, it's all right. I'll go first. Actually, you know what? I'll just go. Wieso er? Give me a chance. Everyone, follow me! Ah! Ich wollte... Ich hab nicht gewusst, dass er noch was sagt. Ich hab nicht gewusst, dass er wirklich noch was sagt. Dannemann dreht sich nicht... Jetzt hat... Wir hätten ihm auch vertrauen können, aber... Ich hab's nicht gewusst, tut mir leid. Ich hab nicht gewusst, dass er noch was sagt. Du kannst mich öffnen in meinem nächsten Gespräch. Ich hab's nicht gewusst. Er hält das, und du wirst ihn öffnen. Haha, das wird der Tag. Alles, das importa, ist, dass wir es brauchen. Moment sein, den wir... langsam erleben müssen, anscheinend. Ah... Ich hoffe, dass irgendwann... ich liebe etwas, so viel wie Soren scheint zu lieben. Haha, bei ihm geht's gar nicht gut. Boah, der ist schon wieder so... extremst rot hier! Jesse! Mal sehen, wenn wir einfach nur einen Moment schlafen können. Es muss nicht sehr lange sein. Du brauchst eine Hand? Ich? Geh nicht verdammt! Genau! Er ist ja nur halber zum Verrecken, aber er braucht... keine Hilfe, nein! Mir wäre es auch lieber, dass ich ihn trage. Mir wäre es wirklich lieber, wenn wir ihn tragen würden. Also ich zumindest. Lukas ist irgendwie so misstrauisch. Keine Ahnung warum. So viele Städte! Es ist eine Städte! Es besser nicht ein langer. Ein Welt der pure Imagination. Okay! Ich glaube, dass dieser Städte dir gehört. Hier geht's! Wir müssen genauso rauf gehen wie... Ah! Okay! Da ist eine... eine kleine Falltür. Wow! Künstliche Bäume, oder? Ja! Alles künstlich! Das ist Wolle! Das schaut aus wie Wolle! Das ist alles Wolle! Bitte nicht mehr Städte! Aber das ist alles aus Wolle! Wie ein Traumland! Der hat irgendwo Lichtquellen versteckt! Ah, da hinten Lampen! Und... Das ist alles Wolle! Man hört das ja, wenn man schon draufsteigt! Was hat der nur mit Lukas? Wohl! Außer die Pilze! Die sind nicht Wolle! Außer die Pilze! Die sind nicht Wolle! Du sagst mir, dass wir alle unsere Hoffnung haben, an diesem Mann und das ganze Zeit, dass er eine total artificielle Happyland bildet? Well... Es ist echt Wolle! Ist es ziemlich impressiver, dass er eine exakt Replika aus diesem Ding gebaut hat? Impressively Banana-Pants? Oh! Wir kamen hier für nichts! Immer dieser Pessimist! Was hat der? Was müssen wir jetzt noch mal tun? Was ist das Problem mit dir? Warum schaust du so? Schau mal auf, Jesse! Wenn der größte Entwickler aller Zeit über Jahre an diesem was sind die Chancen, dass er diese Bombe hat, hm? Da ist wieder ein Schalter und da ist noch ein Schalter und da ist ein Clip. Ich hab wirklich keine Ahnung. Oh! Ich weiß nicht, was ihn liebt. Da ist ein Knopf. Da geht's wahrscheinlich durch. Die Lampen sind ausgegangen. Okay, wir reden jetzt erstmal mit Gabriel. Gabriel, hey! Wann schreit ihr? Warum schreit der? Wann schreit der? Ja, das. Fine, alle Dinge Any idea, wieso Sorin würde so etwas bauen? Sorin war immer strange. Geheimnistöerisch, okay? Entschuldigung, meine Haare schauen nur grad richtig kacke aus. Wie glaubst du, Sorin hat sich hier rausgekommen, ohne irgendwelche Beispiele hinterlassen? Ein Masturbilder. Sehr secretive. Ich glaube, ich werde weiter schauen. ein paar Schalter und das sind für die Lichter wahrscheinlich. Und da habe ich einen Knopf gedrückt. Äh, Knopf gesehen. Und ja. Und wir können auch da lauschen an der Wand. Ich weiß, da geht's sicherlich weiter. Aber ich will zuerst mal mit allen reden. Ruben. Reden. Petra. Was? Petra? Achso, das was Petra halt gemacht hat. Okay. Das war gut. Wie er immer grinst. Das finde ich cool. High five, Ruben. Yeah. Well, I'm gonna keep looking. Den Rest brauchen wir nicht fragen, weil wir sollen mit ihm gut klarkommen. Thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? Okay. Either of you guys know, what's eating Lucas? Well, he's a long time observer of human behavior. We have no idea. Try, you know, talking to him. Okay, mach ich. You both do it okay? Could be worse. Could be better. I'm gonna keep poking around. So, jetzt reden wir noch mit Lucas und dann geht es los. Wir wollen zuerst mal wissen, was mit Lucas genau los ist. Ich glaube, er hat eh die ganze Hoffnung an alle Menschen verloren. Was mir nicht so richtig passt. Was war das? Springbrunnen? Cool. Wir wollen aber mit den Personen reden. Was willst du? Was ist dein Problem, Lucas? Hör mal, Lucas. Hör mal, ich weiß, ich bin prickel, okay? Aber, Jesse, ich denke, was ist falsch. Mit Gabriel. Das weiß er auch. Das hab ich doch gewusst. Ich muss mich nicht zu haben. Die缺te Energie. Die laberte Atmetz. Ich wünsche, ich kann dir sagen, aber ich muss nicht darüber sprechen. Wait, talk about what? Jesse, if I'm right about this, you have to tell me. Nein. It's not fooling anybody. At least not me. Scheiße, was soll ich sagen? Nein! Entschuldigung, Lukas, ich wollte dich nicht anlügen. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich bin nicht mad, das ist großartig. Jetzt gehen wir mal zur Wand und lauschen ein bisschen. Dann drücken wir mal den Schalter. Das hat nichts gemacht. Wir müssen vielleicht die Dinger auch noch aktivieren. Okay, wir haben noch zwei weitere Schalter zu drücken. Einen wissen wir ja, wo der ist. Und zwar genau hier am Baum. Boah, diese Steuerung ab und zu. Und hier hinter dem Zombie ist noch ein Schalter, oder? Wohl-Zombie. Ich glaube, der ist richtig gut versteckt. Da ist ein Schalter bestimmt drin. Oder? Nicht? Schade. Dann drücken wir mal den Schalter bei ihm. Hä, hä, hä. Wer hat's gedacht? Da ist ein Schalter, Lukas. Darf ich mal hinge... Ach, nee. Ja, man kann eine unendliche Quelle aus... Wow, wie kommt das so schnell dahin? Eine unendliche Quelle aus vier machen. Man... Wir müssen mit ihm reden. Arrrr! Was willst du? Ups, das wollte ich nicht. Äh, ich muss irgendwie an die Lever, die du blockierst. Okay. Das war nicht zu schwer, war es? Und wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur... Irgendwie pisst er mich gerade richtig an. Entschuldigung, aber... So etwas kann ich jetzt nicht gebrauchen. Jetzt drücken wir auf den Knopf und die Tür geht endlich auf. Tell... Told ya. Weird. Heihu Leute, PB-Style aus der Zukunft hier. Hallo! Leider muss ich den Part hier beenden. Ich hoffe, euch hat der Part sehr gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben. Und schreibt eure Meinung oder eure Entscheidungen unten in die Kommentare, damit ich sie auch mitfolgen kann. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Tschüüüü, haut rein, euer PB-Style. Ciao! Ciao! Hallo!